Die Idee ist, dass jeder Schüler, jede Schülerin möglichst ihrem Niveau entsprechend lernen kann. Die Idee ist aber auch, dass sich Schüler aus verschiedenen Niveaus und aus sozialen Schichten begegnen. Also im Unterricht hat man ja, dann bleibt fast nichts mehr im Kopf, weil es jetzt so viel zu tun ist. Und da steht in einem Blatt drauf, was man alles machen muss. Und ich finde es besser und es macht auch mehr Spaß. Sie haben einen Wochenplan, den Sie erledigen und den Sie auch versuchen zu erledigen. Und wenn Sie nicht weiterkommen, dann können Sie die Lehrpersonen fragen oder Sie können sich in Gruppen zusammentun, in Gruppen arbeiten und sich gegenseitig helfen. Ich würde nicht sagen, dass ich mehr lerne, sondern dass ich anders lerne. Also wir bekommen ja zuerst Input und danach müssen wir das wie umsetzen und selber uns Zugs beibringen oder einfach selber üben.